Vidal am Ball. Franck Ribery am Ball. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Wird das eine Torchance? Die Flanke kommt in Richtung, da kommt der Schuss. Lewandowski, er macht das Ding. Da können sie ihn nicht aufhalten und dann lässt er sich natürlich nicht zweimal picken. Was sagst du zum Tor der Bayern? Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschuss leicht, klasse gemacht. Da kam die Ecke rein und dann steht Robert Lewandowski am Ende richtig und macht das Tor. Der Pole mal wieder eiskalt vor dem Kasten.